Musik So, jetzt werden wir aber auch zügig starten. Ich darf euch herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Niederrhein-Pokalspiel Viktoria Menrad, dem Landesligisten gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Ich denke mal, alle Zuschauer haben ein hochinteressantes Spiel gesehen, auch wenn das Ergebnis letzten Endes eindeutig für den MSV Duisburg sprach. Aber aus Sicht des Vorstandes, muss ich sagen, sind wir vollauf zufrieden. Unser Sicherheitskonzept ist voll aufgegangen. Und letzten Endes war das Ziel, dass wir dieses schöne Spiel hier in Menrad austragen durften. Das ist uns gelungen, das dann auch friedlich zu Ende zu bringen. Und alle sind auf ihre Kosten gekommen. Und aus sportlicher Sicht möchte ich jetzt den Trainer der Gästemannschaft, Torsten Siegner, bitten, sein Statement abzugeben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, es war ein würdiger Rahmen für dieses Spiel. Also eine tolle Kulisse, eigentlich über die gesamten 90 Minuten eine tolle Stimmung von beiden Fanlagern. Wir wussten dann schon, was hier auf uns zukommt. In diesem engen Rahmen, so ein bisschen in der Grube gelegen, dass die Einstellung der Jungs vor allen Dingen Stimme ist. Und ich glaube, das haben wir geschafft, dass die Jungs ab der ersten Minute den Gegner eben ernst genommen haben, auch so ernst genommen haben, dass eben hier nichts anbrennt. Und dann ist es immer wichtig, dass wir zügig ein Tor schießen. Wir haben dann auch im Laufe des Spiels dann schon gesehen, wenn wir ein bisschen nachgelassen haben, dass Menrad ein paar Jungs dabei hat, die kicken können, die das auch ordentlich machen. Und es ist eben kein Zufall, dass diese Mannschaft viele Tore erzielt hat. Auch heute haben sie die ein oder andere Torchance gehabt, die wir natürlich nicht zulassen wollten, aber weil sie es einfach gut machen. Mit einer Zielstrebigkeit, mit einem total großen Aufwand, auch mit einer ordentlichen Dynamik in der Offensive. Und ich bin froh, dass meine Mannschaft eben die Aufgabe genauso ernst genommen hat, wie wir es wollten und dann dementsprechend auch verdient hier gewonnen hat. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir haben uns herzlich willkommen gefühlt. Und das ist immer schön, das eben auch hier in diesem Raum zu sehen. Und wir werden uns jetzt ordentlich regenerieren, ordentlich vorbereiten auf unser Montagsspiel. Und euch, Simon, wünsche ich natürlich für den Aufgelopp in der neuen Liga alles Gute. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr so weitermacht, dass es auch möglich ist, in dieser Liga eine gute Rolle zu spielen. Wir drücken die Daumen und aufgrund des Spiels heute werden wir es natürlich auch weiter verfolgen. Vielen Dank. Ja, also erstmal war natürlich ein absolutes Highlight heute für uns, hier wieder vor wirklich toller Kulisse spielen zu können. Und ich möchte mich erstmal wirklich bei allen, allen Helfern ganz herzlich bedanken. Und gerade dir, Wolfgang, ich weiß, was ihr für eine Arbeit da reingesteckt habt in den letzten Tagen und vor allem in den letzten Wochen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Und ich glaube, ihr habt damit ganz vielen Leuten heute ganz viel Freude bereitet und uns natürlich auch ein Riesenerlebnis wieder bereitet. Und dafür wirklich vielen, vielen Dank, aber auch an alle Helfer erstmal das vorneweg. Ja, insgesamt natürlich ein Highlight heute. Glückwunsch natürlich zum hochverdienten Sieg. Ja, ich glaube, wir haben uns aber insgesamt ganz gut verkauft. Unser Ziel war es halt, wirklich mutig aufzutreten. Uns nicht, wie wir es vor drei Jahren gemacht haben oder gegen Rot-Weiß-Esten, wirklich nur versucht zu verteidigen. Da haben wir zwar vielleicht ein besseres Ergebnis mit 0 zu 1 rausgeholt, aber ganz ehrlich, ich verliere lieber 0 zu 8 mit so einer Art, wie wir heute aufgetreten sind, als wirklich keine Chance zu haben, irgendwie mal einen Tor zu erzielen. Und wenn dann der gegnerische Torwart sagt, er hat deutlich mehr zu tun gehabt als beim Ligaspiel gegen Meppen, ist das schon ein Kompliment für unsere Mannschaft. Und ja, das Einzige, was natürlich gefehlt hat, ist das Tor. Das hätten wir uns natürlich wirklich gewünscht. Ja, aber letztendlich, muss ich sagen, ein guter Auftritt von unseren Jungs. Und das macht Mut für die Saison, für Sonntag, für den Ligaauftakt. Für den Trainer ist natürlich bei so einem Spiel ein kleiner Wärmungstropfen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen zweigeteilt bei so einem Highlight-Spiel, dass ich dann letztendlich nur 16 Spieler einwechseln kann. Und ich hatte noch wirklich, wirklich viele gute Jungs auf der Bank, die es genauso verdient gehabt hätten zu spielen. Die konnte ich nicht bringen. Und da schmerzt natürlich dann so ein bisschen mehr. Und für die Jungs tut es mir leid. Aber ich glaube, das sind wirklich gar nicht ganz feine Kerle. Hauen sich da wieder rein und haben ja vielleicht Sonntag die Chance zu spielen. Und es geht natürlich jetzt der Blick nach vorne. Das war jetzt ein Bonusspiel für uns. Und ja, wir nehmen das gerne, gerne mit. Aber jetzt wirklich schon in drei Tagen geht es für uns weiter. Und dann schauen wir mal, wie wir in die Liga reinkommen. Euch wünsche ich wirklich viel, viel Erfolg für die weitere Saison. Ich glaube, da ist vielleicht was dröhnen dieses Jahr. Und man muss natürlich von Spiel zu Spiel schauen. Aber alles Gute dann auch. Gibt es noch Fragen von eurer Seite, von der journalistischen Seite? Einmal Frage an Herrn Ziegner. Moritz Stoppel kamen Sebastian Mann und Joshua Bitter waren gar nicht dabei heute. Einfach zum Schonen oder hatte das andere Gründe? Ja, sowohl als auch. Also Stoppel und Joshua Bitter hatten kleinere Plessuren aus dem Mappenspiel eben noch mit sich rumzuschleppen. Für uns geht es dann auch weiter am kommenden Montag, wo wir die beiden Jungs brauchen. Sebastian May haben wir heute mal geschont. Er ist zu uns gekommen aus einer langen Verletzung. Und dort ist der Rhythmus Wochenende, Wochenende für ihn aktuell noch besser, um eben irgendwann dann komplett fit zu sein. Plus, und das ist uns natürlich auch bewusst, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie wen schonen wollen aufgrund des Gegners. Sondern wir haben eine extrem homogene Einheit inzwischen zusammen. Und die anderen Jungs brauchen eben auch Spielpraxis. Und wir sind froh, dass wir eben so wechseln können. Also totale Entwarnung für kommenden Montag. Die Jungs werden alle spielen können. Aber für heute hat der eine oder andere Mann eine Pause gebraucht. Ist das mit Lukas Rädern? Weil normalerweise wechselt man ja im Pokal gerne auch mal den Torwart. Hatte das mit den Grundsachen zu tun? Ich meine nicht, bei Ihnen war das Beier wie das Spiel? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also für uns ist es total wichtig. Das war ein Pflichtspiel für uns. Und Vincent Müller ist aktuell in einer sehr, sehr guten Form. Und nur aufgrund dessen, dass wir im Landespokal spielen, gibt es für uns keinen Grund, dort irgendjemandem Geschenke zu verteilen. Sondern die für den Moment besten spielen. Und Vincent Müller ist unsere Nummer eins. Und dann kann er auch im Pokal spielen. Er ist natürlich schön. Vor allen Dingen für ihn. Dass er mit seinem ersten Auftritt, er hat gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Heute Morgen dann nochmal bei der Mannschaft Aktivierung mitgemacht. Und dann ist es natürlich für so einen Spieler gut, wenn er sofort trifft. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Er ist ein Stürmer. Stürmer werden an Toren gemessen. Er selbst misst sich auch daran. Und das ist positiv. Auf der anderen Seite hat er jetzt auch eine ganze Weile nicht gespielt. Das heißt, auch er braucht noch ein paar Tage, um 100 Prozent fit zu sein. Wir sind froh, dass wir mit Benni jetzt eine Alternative dazu gefunden haben, um in der Offensive eben noch unausreichenbarer zu sein und möglicherweise auch auf die eine oder andere Situation reagieren zu können. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann würde ich sagen, dann läuten wir das Ende der Pressekonferenz ein bei den Temperaturen hier. Ich möchte mich abschließend bei allen Verantwortlichen des MSV Duisburg bedanken. Ich hatte viele Kontakte in den letzten Tagen und ich muss sagen, die Kommunikation war äußerst gut und freundschaftlich geprägt. Und MSV Duisburg hat sich hier in Menschenklapper wirklich sehr, sehr gut präsentiert und viele neue Freunde gewonnen. Ich zähle mich selber auch dazu und wünsche euch viel Erfolg für die laufende Saison. Dankeschön.